Eiskunstlauf Trompa Die Goldmedaillengewinnerin und Olympiaheldin von Pyongyang spricht exklusiv bei t-online.de über ihren Kinderwunsch und eine mögliche Olympiatitel-Verteidigung. Im Februar beschädten Sabenco und Masot dem Publikum in Pyongyang und am TV mit ihrer Goldkühre-Gänsehautmomente. Nun äußert sich Sabenco zur Zukunft. Eiskunstlauf Olympiasiegerin Aliona Sabenco möchte ihre Goldmedaille verteidigen. Nach dem Sensationssieg im Pallauf bei den Spielen in Pyongyang mit Bruno Masot verständigten sich die beiden zunächst auf eine einjährige Pause. Nun denkt sie an ein Comeback für die Olympischen Winterspiele 2022 im Peking. Im Interview mit it-online.de sagt die 34-Jährige, man kann nochmal gewinnen. Oder eine Medaille holen. Klar, wenn man einmal gewinnen kann, kann man auch ein zweites Mal gewinnen. Es ist nicht das größte Ziel, aber es ist eine Möglichkeit. Und wenn die Möglichkeit besteht, warum nicht? Klar ist für Sabenco, dass sie nur mit ihrem aktuellen Partner Bruno Masot antreten würde. Wenn, dann nur mit Bruno. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann gibt es andere schöne Dinge im Leben, wie ein Kind, wie Familie, oder andere Wege zu gehen, etwas anderes zu machen. Sabenco ist seit zwei Jahren mit Liam Cross verheiratet und konkretisiert ihren Kinderwunsch. Ein Kind muss man einfach haben, man will auch natürlich. Damit müsse sie auch nicht bis nach den Olympischen Spielen 2022 warten. Man kann auch ein Kind bekommen und dann zurückkommen. Wenn man 30 Jahre lang trainiert, dann spielt eine ein- oder zweijährige Pause keine Rolle. Das ganze Interview mit Aljona Sabenco sehen Sie in der kommenden Woche bei t-online.de. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team